Die Siedlung also entwickelte sich im 19. Jahrhundert. Kirche befindet sich auf dem Berg, über den Hafen. Im Hafen befindet sich auch Feri, die verbindet zu Loschinger mit der Insel Susak, Ilowik, aber auch gibt es Feri-Linie, die verbindet Loschinger mit Silber. Das ist eine Insel mit dem Nordalmatinischen Aquatorium und weiter mit Sadar. Hier links eine Kamp, also Loschinger.